so meine damen und herren willkommen hier zum 38 war von fans was über jetzt muss erst mal kurz gucken es gibt ein kleines problem ich habe jetzt sehr sehr lange laufen lassen und ihr seht wir werden vom geld her immer schlechter und es tut immer mehr weh und ich mache manchmal plus und dann mal wieder minus und ich habe schon fahrzeuge verkauft ich habe massen verkaufen ich weiß einfach nicht mehr weiter das ist irgendwie alles wird und dann drüber die baumstimme baumaterial geht auch nach unten aber dafür macht aber die herum plus also ich weiß nicht irgendwie wird das wohl hier nicht mehr ganz so gut klappen das ist hier also halb am arsch schon und gucken das ist eisenwerk bräuchte am besten wäre stein in der nähe dass man das hier anfangen könnten was in der nähe wäre aber haben wir nicht das wäre das hier das aber noch weiter weg als die holzproduktion ich habe autos von der holzproduktion weggezogen und ganz weg machen möchte ich aber auch nicht weil das bringt mir immerhin irgendwie geld wenn doch gerade nicht viel aber ich hier holz stimme und hier entladen so was jetzt ist natürlich die frage die hat ist das zeichen ist irgendwie die ganze zeit ja ich wollte das spiel jetzt nicht neu starten ich habe gedacht so leck mich ich nehme das auf fahrzeuge wir haben schlake schlag diese mit holz und schlage das heißt wenn die noch holz mitnehmen würden jetzt auf den zwei dingern könnte man die stricke wegnehmen und ich wäre eigentlich dafür also wagen bitte abgeladen haben können sie weg genommen machen wir die fahrzeuge hier oben stehen baumaterial geht dadurch ganz weg das heißt verkaufen da haben wir zwei millionen plus im monat den zug ändern wir ja ich habe ein frosche malz so das heißt wir haben schon ein bisschen wieder plus das sind so ein paar sachen nämlich auch paar waggons verkauft weil ganz hinzug rauszunehmen ist aber auch nicht meine sache gewesen weil wir machen hier ja ich würde mal sagen wir machen die plus deswegen linie geht raus wird auch verkauft linie 10 bald sein weg ist verkaufen den zug machte fahrt das grund okay ja ich habe den im verklärer erinnert und jetzt ist er hier angekommen und dann für der kleines depot geschickt wir haben eine maus spinnen will rum im hintergrund lade ich wieder was hoch und speicherplatz ist auch nicht mal der meiste den zug verkaufen ganz den zugdiagramm finanzen 1 millionen minus verkauft man den ic auch der ist auch schon ziemlich alt da müsste man sich später immer geld haben neuen holen hier ist er den verkaufen dann drehen wir den bitte und dann verkaufen wir ihn fahrzeuge drehen und verkaufen drehen und verkaufen scheiße ich weiß dass hier oben irgendwo ein depot glaube ich gab muss hier drin sein glaube ich dann kommt aber auch nicht rein dann hier hier von hier unten kann aber auch nicht das heißt den zu kommen leider am halse denn der kommt aber auch nicht drüber aufs gleis nehmen das heißt den dc müssen wir leider behalten den zug den drehen wir mal bitte nochmal denn der muss irgendwo hier rüber fahr ah jetzt halt gut der wird verkauft so dc muss leider drinnen bleiben das tut mir echt leid treibstoff der macht glaube ich auch immer wieder plus und minus plus und minus plus und minus ist aber eine wichtige stricke deswegen will ich den am liebsten lasst so wie eisen kohle stahl gut wir haben glaube ich jetzt anfang des jahres deswegen baumaterial neu ulm können wir auch ein paar fahrzeuge verkaufen so 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 und so so kurz pause denn dann ändern wir das immer schnell um und hier war nämlich die holzstimme drauf geladen baumaterial schlage brauchen wir alles hier kein stimm mehr drauf machen der erst recht nicht hier auch nicht da sind es einzigen gut das heißt wir werden nicht mehr so viel produzieren das heißt wir können auch welche verkaufen noch ein paar schlage verkaufen so das dürfte reichen und dazu geht jetzt auf breiter maschine schlack baumaterial ich glaube ich mal ist die richtige gleich mal gucken schlack baumaterial genau ist die richtige so riebbach eisenberg mehr verkaufen gibt es auch nicht so der zug das ist schon okay dass der hier raus fährt finde ich so dann haben wir essen neu ulm den zug dass der große hier frage ist warum macht er nicht mehr so viel plus er macht bestimmt nicht so viel plus weil die ja hier so ein haufen zeug brauchen der würde bestimmt war bestimmt noch noch nie ausgelaufen ein paar züge verkauft links verkaufen 161 ja aber ich sagen verkaufen ein paar viel wird es vielleicht aber nicht bringen den zug lassen wir ja mit 65 sind natürlich auch nicht der schnellste zug da können wir noch theoretisch noch schnelleren zug nehmen so wir warten bis der abgeladen hat was stimmt denn dann die noch hier ja dings noch mit snee welcher zu machen das machine riedbach der macht ganz großes minus das auch viel zu lang zu den schiffen ins depot und den schiffen ins depot wenn er will an beiden zügen verkaufen die weißen so ein bisschen ein paar sachen so mir hängt zwar was im hals ist aber mir auch gerade egal also linie zu weisen halt 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 hier muss man ein paar verkaufen die frage ist nur wie viel es war bei 99 das müsste reichen ähm linie zu weisen das war es neu die gelbe strecke hier noch mal kurz drauf gucken erst neu und genau ja ihr seht es irgendwie spackt das hier alles ein kleines bisschen rum und dann warten wir jetzt noch auf den maschinen zug der der hier ist und hier werden nämlich auch noch ein paar dinger verkauft das passt auch dann nehmen wir hoffentlich mal wieder ein bisschen geld ein was ich habe hier wirklich fast eine halbe stunde durch laufen lassen und habe mir gemerkt da klappt irgendwas nicht werde auch bis zum nächsten part das wieder ein bisschen durchlaufen lassen und wenn das eben nicht mehr geht dann müssen wir hier leider leider herzens aufhören nach dem 38 part ihr hört im hintergrund vielleicht ein kleines bisschen piepen ich habe kleine mäuse bekommen dazu gab es aber noch kein video da tut es mir auch leid dass es dazu noch kein video gab das war so hier kann man noch ein bisschen werkzeug werkzeug 37 von jedem das ist eigentlich okay und der geht wieder auf die halt maschinenriedbach strecke so und dann hofft man natürlich dass man jetzt ein bisschen mehr einnehmen und trotzdem die produktion nicht so nach unten geschrubbt wird hier natürlich mit dem essen und sowas viel essen das ist natürlich boah macht mit aber nicht so viel plus ein sehr sehr schade eigentlich weil hier läuft es doch ziemlich gut die frage ist jetzt ob wir eben auch ohne den einkommen von dem verkaufen verkaufen jetzt auch geld einnehmen würden das ist natürlich die frage die städte natürlich die gehen nach oben und und die gleise naja das ist alles auf deinem Fahrzeug erscheint geile sache schade dass man sein eigenes logo nicht hochladen kann sogar die türen gehen auf ist das pornös das ist ja richtig pornös ja aber wie das natürlich weiter läuft weiß ich nicht jetzt sieht das nicht mehr gut aus wir haben sogar 30 millionen minus betriebskassen sind bei 145 und die einnahmen bisher nur bei 120 und 42 millionen minus das tut natürlich schon ein ganz schön im herzen weh gut wir haben natürlich die fahrzeuge jetzt aus ihren rücken rausgenommen kann natürlich auch der grund sein und was hier dann durch ist dann das weiß ich nicht weil ich lade ich auch ab dem zeitpunkt bevor wir das gebaut haben dann lief es nämlich noch gut und ich würde mal sagen das war es mit diesem part und wenn euch der ganz partys schon gefallen hat gibt es noch nicht unten schreibt mir in die kommentare aber natürlich mehr davon sehen wir das auch nicht und bis zum nächsten mal sagt wenn sie und schreibt mir die kommentare ob man natürlich denkt wir schaffen das wieder oder schaffen das nicht wahrscheinlich nicht